Der Islamismus ist der Faschismus des 21. Jahrhunderts. Die westlichen Gesellschaften sind bedroht vom Terrorismus und von der Tatsache, dass sie nicht fähig sind, von den Immigranten ihre Integration in die Gesellschaft abzuverlangen. Das sagt der Schriftsteller und Filmemacher Leon de Winter, den ich sehr herzlich bei mir begrüße. Guten Tag. Ist das kurz gefasst Ihre Position zu dem, was wir in allen westlichen Gesellschaften im Augenblick diskutieren? Die Frage, wie gehen wir mit Migration, Immigration um? Naja, wenn Sie das auf diese Weise so kahl, so nackt wiederholen, dann habe ich gleich das Gefühl, ich sollte das ein bisschen versanften. Aber ich denke, zur gleichen Zeit, ja, ich könnte sowas auch heute schreiben. Weil ich bin noch immer leider ein bisschen damit einverstanden. Übertreibe ich, lasse ich es so sagen, ich mache lieber den Fehler der Übertreibung als den Fehler der Unterschätzung. Und ich denke, dass wir besser bewaffnet sind, wenn wir uns sehr bewusst sein von diesen Fakten. Und das sind wir glaublich, wenn wir keinen Selbstbetrug ausüben möchten. Sie sind ein weltbekannter Schriftsteller und Filmemacher und man hört auf Sie, auch was dieses Problem der Integration, das Problem der Radikalität, des Islam anbetrifft, weil Sie sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. Sie haben, um einen kurzen Rückblick zu machen, wir haben jetzt gerade 9-11, den Jahrestag hinter uns, nach 9-11 damals gesagt, ach, der Busch in den USA macht das gar nicht so falsch, man muss in den Irak ziehen. War das ein Fehler, das zu sagen? Nein, weil wir haben alle angefangen mit Hoffnung. Wir haben alle, denke ich, ein Glauben gehabt, dass es möglich wäre, um eine arabisch-islamische Gesellschaft zu reformieren. Wir sollten nur die Leute, die Menschen, die Mehrheit, die Bevölkerung ein bisschen helfen, weil es war das Problem der Diktaturen. So haben wir angefangen, diese Probleme anzuschauen. Und da haben wir schreckliche Fehler gemacht. Wir haben doch vor allen Dingen den Fehler gemacht, zu glauben, dass unsere Art von Demokratie, und da sind die Amerikaner immer die ganz Überzeugten, ganz schnell mal zu übertragen ist auf arabische Gesellschaft. Und das hat ja gar nicht funktioniert. Arabische Frühling ist nicht zusammengebrochen. Und warum nicht? Das ist natürlich die Hauptfrage. Ist unsere Art von Freiheit, von Demokratie, ist das eine Art, das nur für uns im Westen zu erfahren ist, im Stande zu halten ist, das nur wir im Westen hervorbringen können? Das wäre ein schreckliches Gedanke. Das ist ja eine Art von arrogantes, kulturelles Denken, das ich verweigere. Ich denke, dass unsere Lebensweise eine bessere Weise ist, miteinander umzugehen, zu diskutieren, Probleme zu analysieren, mit Alkaas zu streiten sogar, als was man im Moment im Norden von Afrika oder im Nahen Osten sieht. Ich habe da keinen Zweifel. Wir im Moment ziehen nicht millionenfach zum Nahen Osten, weil es da besser ist. Nein, es ist umgekehrt. Die Bewegung ist in unsere Richtung. Warum? Weil offensichtlich gibt es etwas mit dieser Art von Freiheit, die etwas zu tun hat mit Entwicklung, mit hohen Lebensstandarden. Weil am Ende gehört das zusammen. Freiheit und, wie das auf Englisch heißt, Prosperity sind zwei Seiten von einem Phänomen. Das ist, glaube ich, eine der Motivationen auch dafür, dass aus der islamistischen Welt dieser Vorstoß nach Rom kommen soll. Das ist ja auch der Vorstoß gegen nicht nur die Ungläubigen, sondern auch gegen die Erfolgreichen. Das, was im Islamismus passiert, ist ja eine ärmliche Kultur. Es ist ja eine ganz ärmliche Kultur, die weit hinter dem Mittelalter liegt. Das Verhältnis der Geschlechter, die Art zu leben. Und wie reagieren wir dann darauf? Das ist natürlich... Wir sollten sehr genau sein darüber. Und uns selbst nicht betrügen. Und versuchen auch, Muslime deutlich zu machen. Das Problem ist das Gesetzliche. Das ist die gesetzliche Seite dieser ideologischen Religion. Das hat aufgehört im Judentum bei der Vernichtung des Tempels. Es war nicht mehr möglich, nach diesen Gesetzen zu leben, weil es gab kein Tempel mehr und das war das Herz. Das Judentum hat sich auf Neuem erfunden mit den Rabbinern, die es noch nicht gab. Die sind da aufgestanden. Und das bedeutet auch jetzt, es gibt Hoffnung für gläubige Muslime, wenn die imstande sind, die Scharia zu begraben. Das ist das große Problem. Aber die Regierungen und die Mächtigen in diesen Ländern, jetzt mal ganz abgesehen von einer Radikalität wie des sogenannten Islamischen Staates, wollen das doch nicht. Aber das Problem der Islam, im Moment, wie traditionelle Muslime sich organisieren können, sich äußern können, das ist nur durch Hierarchie, wie man das schon seit Jahrhunderten kennt. Weil die Scharia fragt um solche Strukturen von Macht. Aber ist es möglich, das zu modifizieren? Schon. Es gibt drei Dichotomien im Islam. Das ganze System, das ganze komplizierte, reiche System von Werten und Ideen und Gesetzen ist eigentlich gegründet auf drei Dichotomien. Das Gegensatz, Mann, Frau, Meister, Sklave, Gläubige, Ungläubige. Das sind die drei. Mit Sklave ändert sich das ein bisschen. Das ist sanfter geworden. Ja, wobei die Sklavenhaltung in Anführungsstrichen in arabischen Ländern ja sehr üblich ist. Aber wie ändert man die anderen Dichotomien? Wie ändert man da, dass der Mann nicht mehr der heißt, der Frau und die Ungläubigen überherrschen? Aber es kommt doch jetzt noch ein Problem hinzu, wenn wir uns die arabische Welt anschauen und den Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten sehen. Kommt ja noch einmal ein zusätzlicher Konflikt hinzu. Denn es ist ja nicht ein reiner Konflikt der Gläubigen gegeneinander. Das wird immer behauptet. Sondern es ist ja vor allen Dingen auch eine machtpolitische Frage, eine strategische Frage. Das ist das Problem, was Syrien so unlösbar macht. Und alte zivilisatorische Fragen. Es sind die Persier gegenüber, die Araber. Vergessen wir das nicht. Die Persen haben ihre eigene Interpretation des Islams entwickelt. Die Schiiten. Das ist nicht ohne... Das ist da so gezielt. Das hat eine Bedeutung. Es sind diese Zivilisationen, diese groß alte Reiche, diese zwei Bereiche von Kulturen und Traditionen, die aufeinander stößen. Im Moment versuchen die Schiiten, die schiitische Welt, die arabische Welt, zu spalten. Durch Irak, nach Syrien, zum Mittelmeer. Das ist die große Aufgabe. Und dann nördlich haben wir die Ottomanen, die dann neutralisiert sind. Und am Süden die Ägypter und die Saudis. Also es spielen ganz große Probleme. Also wir reden jetzt über die religiös-ideologischen Aspekte. Aber es gibt auch Sachen, die zu tun haben mit tribalen Aspekten. Und Entwicklungen, Persen gegenüber Arabisch. Die noch viel tiefer gehen, noch viel weiter und älter sind. Aber nicht nur die geschichtlichen sind diejenigen, die trennen, sondern auch die reale Situation trennt. Wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel Iran relativ modern ist, relativ gute Ausbildung auch für junge Menschen hat, und man sich anschaut, wie das in Saudi-Arabien aussieht, dann hat man enorme Konflikte auch zwischen diesen Ländern. Denn ein Saudi wird sich natürlich fragen, warum habe ich denn in der Welt eigentlich keine Chance? Es sei denn, mein reicher Scheich-Vater schickt mich auf eine amerikanische Universität. In Iran sieht das anders aus. Da ist die Bildung der jungen Menschen sehr viel besser. Die gehen ungeheuer viel ins Ausland. Ja, und wozu fühlt das? Und sind sehr zu einem Braindrain. Zu einem, natürlich zu einem Braindrain, aber nicht nur das. Noch nie in der Geschichte hat man so eine Implosion der Anzahl der Geburten gesehen als jetzt in Iran. Die Frauen, sehr oft gut entwickelt, haben studiert, verweigern sich noch Kinder zu kriegen. Wollen nicht beitragen. Das sind Saudi-Arabien anders. Und das ist in Saudi-Arabien noch anders. Ich auch, ich denke, dass da, und das ist alles unter Druck von westlichen Werte, westlichen Bilder, unsere Filme, unsere Geschichte, unsere Romane, unsere Freiheiten. Also, das geht nicht über Nacht, das ist nicht eine einfache Sache. Aber man sieht schon, nach der Islamischen Revolution von 1979 in Iran, dass jetzt, einige Dutzende Jahre später, da aus innerer Kracht, eine innere Entwicklung, da Frauen auf ihre eigene Weise in Aufstand gehen, sich revoltieren. Ganz spannend. Wir sprechen im Augenblick gerade, wo so viele Menschen nach Europa kommen. Ja. Wo vor einem Jahr fast eine Million Menschen nach Deutschland gekommen sind. Sprechen wir über ökonomische Ziele dieser Menschen, die hier hinkommen. Ja. Auf dem Tahrirplatz in Kairo wurde aber von Demokratie gesprochen, von Beteiligung an der Macht. Und dann hat man gleich für eine religiöse Tyranie gewählt. Das ist immer das Paradoxale, das ist das Schreckliche, das ist das Dilemma. Und jetzt, soweit man das beurteilen könnte, da in Ägypten, und das ist auch was, was wir sagen, ach, wir hätten doch eigentlich auch mit Gaddafi, haben wir da einen Fehler gemacht. Ja, das war doch viel praktischer. Es ist viel praktischer. Ja, Gaddafi war praktischer. Aber es geht weiter. Aber es geht viel weiter als nur praktisch. Sind im Moment Gesellschaften mit in Mehrheit traditionellen Muslime imstande, eine moderne, offene Demokratie zu gründen? Und ich habe dann die Meinung gesagt, ja, offensichtlich nicht. Zur gleichen Zeit wird man dann verurteilt, wenn man sowas sagt, aber ich habe noch kein Beispiel gefunden, wo das zustande gebracht worden ist. Und dann könnte man sagen, aber ist das dann notwendig? Offensichtlich ist es notwendig, weil wir sehen nur Missstände oder viele Missstände. Man sieht Analfabetismus, man sieht Armut, man sieht Gewalt. So offensichtlich sind die Gesellschaften nicht in Ruhe. Da gibt es keinen Balance innerhalb der Gesellschaften. Mann-Frau-Verhältnisse, Macho-Bilder, religiöse Verrücktheit. Und so offensichtlich braucht man auch da etwas, womit man diese Gesellschaften öffnen könnte. Und was sind, das fängt an mit Ideen, mit Gedanken, mit Büchern, mit Philosophie, mit Offenheit. Das müsste man ja über Bildung vermitteln, das müsste man quasi von außen in diese Länder hineinbringen. Wir haben doch, denke ich, vom Westen her... Also wir sollten, ja, ich bin damit eingestellt, wir sollten Bücher von Spinoza hinschicken, in arabische Übersetzung. Ja, die werden aber wahrscheinlich wieder rausgeschmissen an der Grenze. Also insofern kann ich mich... Also, was dann? Was haben wir dann für Möglichkeiten? Um diesen Menschen zu helfen, sodass sie auch die eine offene Gesellschaft gründen könnten und damit auch auf den Weg gehen zu einer Art von Gesellschaft, wo man sich frei fühlt und zugleich gesichert, wo man sich gut fühlt, weil es sind Gesetze für jedermann. Ja, aber Herr de Winter, jetzt haben wir doch zwei Möglichkeiten. Wir können einmarschieren, wie das Bush gemacht hat im Irak. Das ist schiefgelaufen. Das war ein unglaubliches Missverständnis. Dann können wir die unterstützen, die offenbar in ihren Ländern sagen, wir wollen auf die Plätze, wir wollen Demokratie, wir wollen Bildung, wir wollen eine andere Regierung. Nein, es sind Missverständnisse. Es sind Missverständnisse. Ja, aber das ist in Ägypten schiefgegangen. Auch da gab es Missverständnisse. Sie haben das nicht verstanden. Mit allem Respekt, Sie haben das nicht verstanden. Die Arabische Frühling, erinnern Sie sich, wie das angefangen hat? Mit einem Mann, einem jungen Mann, er war, glaube ich, 27 in Tunesien. Eine Kleinstadt, mitten in der Wüste. Und er hat aus ökonomischen Gründen, war der unzufrieden? Nein, 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 er war nicht unzufrieden. Er hatte keine Ausbildung. Er konnte nur eine Sache machen. Er hat so eine kleine Gemüse- und Obstsache, eine Karre heißt das oder sowas auf Deutsch. Und er sollte dann und wann die zwei Polizisten etwas zahlen. Und an diesem Tag, er hatte eine kleine Investierung gemacht, eine Schale, um zu wegen, oder wie heißt das auf Deutsch? Zu wegen, ja. Und an diesem Tag dachte ich, nein, ich mache es nicht. Das mache ich nicht. Und dann kriege ich ja ein Ohrfeige, heißt das, von einer dieser Polizisten. Er konnte das nicht ertragen. Und an diesem Tag, warum, wissen wir nicht, es war genug für ihn. Dann ist er zum Palast vom Gouverneur hingegangen, weil er wollte darüber klagen. Er ist nicht empfangen worden. Ist er zu einem Gasstation gelaufen, hat er da Benzin gekauft und hat sich selbst angesteckt. Nach zehn Tagen ist er gestorben. Einige Zeit später kam ein Reporter von The Guardian zu dieser Stadt, weil er wollte sie besuchen. Da hat es angefangen, weil das führte zu Demonstrationen, Unruhe. Der Präsident sogar von Tunesien ist geflohen. Und sie fragte, sie hat dann gesprochen mit der Schwester von diesem Mann. Und sie sagte, ja, an diesem Tag, Sie müssen wissen, dieser Polizist, ihm diese Ohrfeige gegeben hat, war eine Frau. Er konnte das nicht ertragen, dass eine Frau ihn öffentlich geschlagen hat. Die ganze Sache, der arabische Frühling, ist basiert auf einem Missverständnis. Es gab hier nicht über einen Mann, die Freiheit suchte, vielleicht suchte er Freiheit. Es war eine andere Sache. Er konnte nicht ertragen, dass eine Frau ihn auf diese Weise erniedrigt hat. Es war eine völlig traditionelle nordafrikanische Tragödie, die da stattgefunden hat. Und diese Sache führte zu Demonstrationen. Und ich weiß nicht alles. Und dann hat sich aber etwas entladen. Nein, nicht echt. Wir wissen jetzt, natürlich sind die Menschen unzufrieden. Und dann sagen wir, aber vielleicht sollten Sie etwas von uns lernen. Ich bin da sehr versichert. Von uns lernen, weil wir wissen, ich weiß, wo ich jetzt bin. In Berlin sind wir. Und da reden wir natürlich, ach ja, aber das 20. Jahrhundert, gibt es ein schreckliches Jahrhundert, das 20. Jahrhundert hier in Europa. Ja, es war schrecklich, stimmt. Ich weiß alles davon. Aber jetzt können andere Gesellschaften etwas von uns und sicherlich auch von den Deutschen, das ja heutzutage eine unglaubliche Nation ist, etwas lernen. Über Freiheit, über Sicherheit, über Mann-Frau-Verhältnisse. All diese Sachen, die das Leben so einzigartig machen, weil wir leben im, dafür braucht man nicht sich selbst zu sprengen, im Paradies. Hier in Deutschland oder in Holland, überall in Westeuropa. Sie haben das andere in Ihrer Familie noch miterlebt. Das Gegenteil vom Paradies. Sie haben gesagt, ich habe ganz, ganz viel in meiner Kindheit, nichts anderes gehört als Holocaust-Geschichten. Neun von zehn Ihrer Onkel und Tanten sind umgebracht worden von den Nazis. Ihr Vater, Jude, hat sich aus ganz, ganz untersten Schichten hochgearbeitet. War nachher ein Mann, der eine hohe soziale und vor allen Dingen auch finanzielle Basis hatte. Ein Geschichtenerzähler, wie Sie sagen, wie Sie geschrieben haben. Eine Tradition, die Sie ja fortgeführt haben. Und Sie haben viele Geschichten erzählt, wobei Sie versuchen, diese Geschichten sehr stark auch an der Realität mit Recherchen zu begründen. Wir müssen ganz kurz über diese Familiengeschichte sprechen. Denn Sie haben sich sehr viel zum Judentum, zum Holocaust, auch zu dem Gewissen der Deutschen geäußert. Sie sind jetzt so ein großer Deutsch-Fan und Deutschland-Fan geworden. Sogar Fußball auch noch dazu. Auch noch. Auch noch. Auch noch. Und das als Holländer. Ja. Warum sind Sie jetzt so ein Fan von Deutschland geworden? Wir sind ja immer diejenigen, die sehr an unserem Land zweifeln. Was ja nicht ganz ungesund ist. Ich bin das Kind einer Mutter, die schon sehr früh gesagt hatte, die, na erstens gab es, was sie erzählen konnte über ihre Konfrontation während des Krieges mit Deutschen, und ich weiß, wie gefährlich das klingt, was ich jetzt sage, waren nicht negativ. Das Wichtigste war eines Tages, als sie noch draußen auf die Straße gehen konnte während des Krieges, kam ein deutscher Soldat zu meiner Mutter, und er sagte, ich weiß, dass Sie nicht mit mir reingehen können, dass normalerweise das untersagt ihr in diese... Sie hat ja auch einen Jugendstern. Sie hat eine Jugendstern, dass Sie da hin, in einem Café, aber ich lehne Sie ein, bitte kommen Sie mit mir zu dieser... Und sie sagte, das kann doch nicht. Ich sagte, aber ich, ich, Sie müssen wissen, ich schäme mich, sagte dieser Soldat. Ich muss mich verentschuldigen, das ist das Einzige, was ich machen kann. Ein guter Mann, in Uniform, der so etwas sagte, so ein jüdisches Mädchen. Das war auch eine Geschichte, die meine Mutter erzählte. Und die andere Geschichte, das war das Verrat der Niederländer, der Mitbürger da. Also ich bin aufgewachsen, nicht mit der Angst für die Deutschen, aber mit der Angst für das Verrat der Mitbürger in Holland. Und dann auch später, als ich in der Schule irgendwie liebte, ich diese Sprache. Als ich dann zwölf, dreizehn war und damals war Deutsch noch lehrpflichtig war das, man sollte das lernen, das ist weg, warum weiß ich nicht, das ist das große Nachbarland und wir reden kein Deutsch, das ist natürlich verrückt. Und schon von Anfang dachte ich, das ist ja eine schöne Sprache, wie sich das anhört. Und wie spannend sollte dann meine Lippen und meinen Mund bewegen, um diese Wörter hier vorzubringen. Das ist ja herrlich. Ich weiß jetzt, aber wie das überlebt, ich habe keine Ahnung. Hat das ein Echo in meinen Genen gehabt, dass die Familie ursprünglich aus Deutschland kam? Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert. Und die haben sehr lange so gewandert im Grenzgebiet zwischen Holland und Deutschland. Und dann später, als ich Deutschland besuchte, ich hatte eine Lehrstelle bei den Bavaria Studios, als ich Filmhochschulestudent war. Und ich begegnete nur nette Menschen, die sich sehr bewusst waren, sich verantwortlich fühlten für eine Vergangenheit, woran sie nie persönlich beteiligt gewesen waren. Also das ist ja anständig. Das war sehr beeindruckend. Das spüre ich noch immer. Sollte ich davon Abstand nehmen? Nein, warum? Das ist Deutschland von heute. Das ist ein Beispielsland. Herr De Winter, wir müssen über eine Sache sprechen, das ist ein neues Buch von Ihnen, Geronimo. Und auf dem Cover ist hier ein Blackhawk-Hubschrauber. Diese Geschichte ist eine Geschichte, die ist so spannend und so überraschend, weil wir ja alle glauben zu wissen, was da abgelaufen ist, nämlich die Ermordung von Osama Bin Laden in Pakistan. Und Sie haben einen Roman geschrieben, bei dem man gar nicht glauben kann, dass das so abgelaufen sein könnte. Denn, das Ende will ich ja nicht verraten, aber da sind ganz viele sehr authentisch wirkende Beschreibungen drin. Wie nah ist das wirklich an der Realität? Ich habe einen Roman geschrieben und das Schreckliche ist... Aber Sie haben ja nicht fantasiert. Fantasieren ist meine Hauptarbeit. Aber das Schreckliche ist, dass ich jetzt denke, dass meine Fantasie authentischer ist als die Geschichte, die die Amerikaner uns erzählt haben über den Tod von Bin Laden. Ich denke, dass ich näher an der Wirklichkeit gekommen bin, als was wir gehört haben, dass Seals Team 6 ihn erschossen hat. Weil wir zu zweit, wir sind die Führer, die Generale, und die sagen, wir schicken da Seals Team 6 hin, und wenn Leute, wenn sie dann Bin Laden sehen, erschießen sie gleich. Wir Generale hätten wir das gesagt, oder hätten wir dann zu unseren Leuten gesagt, und so zu sagen, was auch passieren kann, könnte. Lebendig. Er sollte am Leben bleiben, weil wir wollen mit ihm sprechen. Dann setze ich mir da hin, dann haben wir noch eine Waterboarding-Sache mit ihm, sodass er anfängt zu reden mit uns, weil wir wollen die Geheimnisse in seinem Kopf kennenlernen. Sie nennen das in dem Roman die Frage Kill or Capture, also nehmen wir ihn gefangen oder töten wir ihn, und Sie sagen in dem Roman, dass es da einen Widerstreit gab, auch unter den Zielleuten. Da ist ein Zielmann, der nennt sich Tom oder heißt Tom. Kennen Sie den? Gibt es den? Es ist nicht dieser Tom natürlich, aber der echte Tom, es gibt einen echten Tom. Es hat angefangen ein Jahr, genau ein Jahr nach dem Tod von Bin Laden, nach Operation Neptune Spear, die Amerikaner erfinden diese verrückten Namen für diese militärischen Sachen. Operation Neptune Spear, exakt ein Jahr später war ich, auch mit der echten Tom, wir waren zusammen, wir waren eingeladen worden von einem gemeinschaftlichen, amerikanischen Freund in Sorrento. Und ich saß zufälligerweise beim Abendessen gegenüber dieser Mann, Seals Team, er war wirklich einer der spitzen Figuren, nicht Seals Team, von Delta Force, er war ein Delta Force Mann gewesen, er war pensioniert, sah immer noch sehr gut aus, sehr charismatisch. Und ich saß gegenüber und wir redeten über Bin Laden und über diese Operation Neptune Spear und ich hätte das, ich soll ihm sagen, ich gratuliere ihn natürlich, es sind amerikanische, diese Leute, diese Special Forces unglaublich, was die gemacht haben. Und er guckte mich ein bisschen an, wie Sie mir gerade angeguckt haben, mit Skepsis. Und er sagte zu mir, glauben Sie, glauben Sie wirklich die offizielle Geschichte? Und dann ist man schon unruhig natürlich, wenn jemand so etwas sagen muss. Ich sagte, ja, ja, ich sage doch nichts Falsches. Ich sagte, ja, ich glaube das. Und dann sagte er zu mir, aber Sie sind doch sehr naiv. Und ich war völlig im Schock. Das war kein Besoffener in einer Kneipe. Das war ein hoch dekorierter Delta Force Offizier. Und er sagte zu mir, dass die offizielle Geschichte über den Tod von Bin Laden falsch war. Aber wir haben doch geglaubt, wir sitzen quasi daneben und dieser berühmte Wallroom in den USA, wo Obama... Ja, aber wir haben... Ja, aber wir haben... Sie sehen nicht, der Monitor war nicht im Bild. Das ist, wohin gucken die? Die haben vielleicht gesehen, dass die Bin Laden nicht erschossen haben und mitgenommen haben. Vielleicht deshalb, dass sie so was passiert haben. Es gibt kein Bild. Die Leiche gibt es nicht. Man hat gesagt, innerhalb 24 Stunden haben wir ihn in den Ozean geschmissen. Nichts wissen wir davon. Nur diese Geschichte. Und jetzt denke ich, wenn man darüber nachdenkt, haben die wirklich Kill gemacht und kein Capture? Hat man wirklich gesagt, wenn wir ihn sehen, wir erschießen ihn. Ich denke, dass auch die Leute von Seals Team Six, jedenfalls passiert das in meinem Roman, alle hätten ihr Leben gegeben, wenn es möglich gewesen wäre, ihn nach New York. Können Sie sich das vorstellen? Das Gerichtsverfahren mit Bin Laden in einem Käfig auf Manhattan, in der Nähe von den Twin Towers, wo er sich erklären sollte? Oder sogar, vielleicht hat man auch gelogen und hat man auch bewusst, vielleicht hat man ihn mitgenommen und mit ihm geredet und auf eine schreckliche Weise natürlich geschlagen und dann all diese Geheimnisse gehört. Herr De Winter, wir müssen was fast Unerträgliches aufhören. Trotzdem würde ich von Ihnen deswegen als Resümee noch ganz kurz wissen, ist das, was wir offiziell gesagt bekommen von den Regierungen, an einem solchen Beispiel deutlich, das ist nicht die Wahrheit oder die Wahrheit wird uns nicht gesagt? Die Wahrheit wird uns oft nicht gesagt. Ob das schlimm ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, dass die Autoritäten, das Regierende und Regierungsführer sicherlich oft eine Notwendigkeit haben, es ist nicht immer vernünftig, uns die Fakten zu geben. Sicherlich, wenn man es hat über diese geheime Operation hinter den Kulissen, aber es gibt auch andere Sachen, denke ich, die die Eliten miteinander besprechen und die nicht mit uns teilen wollen, obwohl auch da unsere Interessen diskutiert werden. Und die möchte ich wissen. Ich möchte wirklich wissen, was in diesen geschlossenen Räumen in Brüssel besprochen wird. Aber wenn wir reden über Schutz und Militäroperationen und sicherlich den Kampf gegen den Islamisten, dann verstehe ich, dass man uns nicht alles erzählt. Herr De Winter, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Bitte, es war eine Freude. Vielen Dank.